Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Ich wollte gerade sagen von Let's Play Fortnite. Ne, heute mit Edith, der zum zweiten Mal seinen Namen geändert hat und Ayin. Leute, ich entschuldige mich schon mal für zwei Sachen. Erstens, dass ich so übelst kacke gerade drauf bin. Das liegt daran, dass ich gerade in meinen 20 Minuten Fortnite-Video löschen wollte, aber es hat es nicht anerkannt. Und jetzt habe ich ja zwölf Minuten einfach so verloren, ohne weitere Videos aufzunehmen. Und das zweite ist, ihr merkt schon, wie ihr selectt. Und es ist nicht mal Sonntag und es selectt. Es ist wirklich so eine Scheiße. Also wie gesagt, Leute, ich entschuldige mich dafür. Aber ich habe sogar kurz abgewartet, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Ey, ne, ich kann so nicht spielen, Digger. Junge. So. So, Leute, hier sind wir wieder. Ich habe ein bisschen abgewartet, dass es nicht belegt. Ne, geht nicht. Warte mal, ich bin ja Gruppmannführer. Kann ich jemand anderem geben? Ah, ich gebe mal kurz Ayin. Warum auch... Ey, das ist... Ich sitze direkt neben dem WLAN. Das WLAN ist 100 pro da, also komplett da ist es. Aber trotzdem lag es. Jesus, ich weiß absolut gar nichts, Alter. Ich finde es ein Designer. Bei Fußballplatz... Ah, geil. Ja, warum gehst du da noch rein? Oh, lol. Ey, hier ist ein bisschen Loot, ey. Ich muss hier ein bisschen... Ein bisschen Metz, Alter, ey. Das... Ey, ich kann nicht springen. Ich kann gar nichts machen. Ey, wir werden sterben. Wie viele sind das? Tja. Ne, lass mal lieber weggehen und dann... Die Karte dauert eh 5 Minuten. Digga, ist doch egal. Seine Karte dauert 5 Minuten. Lass uns später wiederkommen. Nein, es ist egal. Es ist egal. Vielleicht verbrennen sie. Weil Feuer macht übrigens viel Schaden. Ah, ja. Stimmt. Ja, weil es auch Sinn macht, Digga. Hast du schon mal jemals einen Stein und einen Brenn sehen? Ja, wo denn? Mhm. Komm mal ganz kurz. Junge, Digga. Du brauchst so lange. Junge, deine Karte geht 5 Minuten. Also, sei mal du leise. Und du bist gestorben, also. Die ist auch jemand, ne? Ja. Ich kann nichts machen, es leckt. Das sind 2, das sind 3, das sind 3. Geh einfach weg aufs Tilt. Da kannst du vielleicht wie ein eigenes Video retten. Wie damals, weiß er. Ich bin ein bisschen Tee. Ach, fuck. Jetzt fällt noch mein Controller runter. Geh einfach weg aufs Tilt. Das ist egal. Gut, meine lieben Damen und Herren. Nee, das ist Aura. Das ist... Doch, der eine ist in Snowskin. Das ist, äh, die Risabelle und Aura. Der eine ist in Snowskin. Gut, Leute. Das war's mit der beschissensten Folge von Fortnite. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war sehr, sehr geil. Ich trinke jetzt meinen Tee. Gut, Leute. Auf ein gutes, neues, äh, später irgendwann Video. Bis dann. Ciao.